So da, und nun wieder etwas nach meinem Geschmack, ein bissel Schaffelsohl, ich kann mich schon immer richtig artikulieren, weil ich so eine Freude habe, dass es mir heute so gut geht. Trunk mir halt ein bissel. Trunk mir halt ein bissel. Trunk mir halt ein bissel. Bis zum nächsten Mal. 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 Und das war mal eine Soul-Shuffle-Version von einer Buller-Nummer. Momentan im Kopf entstanden. Und zu den Tasten getragen. Ich hoffe, auch Sie haben es gehört. Diese wunderbare Fügung von Tasten und Tönen.